Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, 6FXBlake. Heute hier endlich mit dem Deck-Profile von meiner neuen Version des Umbra-Decks, also Schatten-Horror. Hat sich auf jeden Fall einiges getan im Vergleich zur alten Version, die ich hochgeladen hatte. Und von daher möchte ich mal direkt mit dem Main-Deck anfangen. Wir spielen einen Black Luster Soldier und einen Chaos Hexer, weil wir genug Licht und Finsternes-Monster drin haben und die auf jeden Fall sehr geile Effekte haben und schnell mal für Games sorgen können. Einmal Groß, nur 4 Fallen im Deck, von daher nie verkehrt und da kann auch Duelle entscheiden. Dann unsere Umbra-Engine, dreimal Schatten-Horror-Bool, dreimal Schatten-Horror-Unfo und zweimal das Örlicht. Sind alle Ziele für Chameleon und 2E2Dru, haben alle Null Defense und sind Finsternes, von daher auch Verlockungen im Deck drinne und gute Chancen auf den Key-Beatle zusammen mit der Savezone. Geile Combo. Dann dreimal die Chameleons, hauptsächlich um Synchro-Bespürungen zu machen. Monster zeige ich euch da noch und es ist auf jeden Fall auch geil, dass die super sind über den Kobold. Dreimal das Chameleon, dreimal der Druid-Horror-Dru. Der ist auf jeden Fall richtig nice, denn der kann uns auch alle möglichen Umbra-Monster vom Frisur holen und hat nicht die Einschränkung, die das Chameleon besitzt, dass man, das Chameleon, das darf man ja nicht beschwören, wenn man Monster mit 5 Sternen oder mehr besitzt und kann in den Zug, wo man es beschwört. Das Chameleon auch nur Monster vom Extra-Deck-Special. Die Einschränkung hat der Druid-Horror-Dru nicht, von daher ist er auf jeden Fall gut fähig. Der ist natürlich auch finsternis für den Key-Beatle. Dreimal Secret-Sect-Redru. Dann haben wir auch dreimal den Kagetokara drin. Der ist natürlich auch super über den Kobold und erhöht auch die Chancen auf den Master-Deck-Beatle. Zweimal Summoner-Monk. Das Schöne bei ihm ist, wenn wir das Monster-Spezialbeschwören aus dem Deck, kann es trotzdem noch einen Effekt aktivieren. Wir holen zum Beispiel einen Ghoul, der noch einen Schattenhorror-Spezialbeschwört oder einen Gräfer oder einen Armageddon-Ritter, die hier auch im Deck drin sind. Man kann zum Beispiel auch einen Rairo holen. Macht man ganz einfach einen Overlay zum Laval-By-Chain dann, detach den Rairo und sucht sich einen Black-Lust-Sorto, in dem man sich aufs Deck legen kann. Und dann hat er zweimal Jamonk drin. Einmal Armageddon-Ritter und einmal Finstertgräber. Hauptsächlich dafür, um auf jeden Fall Ziele für Chameleon und Ruhe im Friedhof zu haben, also um Schattenhorror-Monstern im Friedhof zu knallen. Und um den hier im Friedhof zu knallen, den Giras-Duck, den spiele ich auch einmal drin. Stahlschau Giras-Duck mit sieben Sternen. Ganz einfach, weil er unser Eintrittsticket in den Deck zum Star-Eater ist. Ist auch eine kleine Combo, die ich dadurch dann noch präsentieren möchte. Einmal der Stahlschau Giras-Duck. Dann einmal Rairo. Ist ganz einfach ein Lichtmonster. Hat einen geilen Effekt. Kann viele Decks aufhalten. Ist ein schönes Ziel für Monk, halt um Lichtmonster im Friedhof zu haben. Und ist Aldi, genauso wie der Photon-Fresher, der hier drin ist. Der ist hauptsächlich auch unser drittes Ziel für die Reinforcement of the Army. Der ein Krieger ist. Und auch ein Lichtmonster für BLS und Chaos Hexer. Nicht verkehrt. Pai Brugos gegen Emptiness und Ophion. Alles mögliche. Auch Lichtmonster und können auch ein paar schöne Light- und Darkness-Monster im Friedhof knallen. Ziele für Chameleon und Drew. Von daher dreimal der Ruico. Einmal Charge of the Light Brigade. Ruico rauszusuchen. Eine Rota sucht auch mal Gettongritter, Protonentrasher oder Finsterngräper. Einmal Variant Force. Das ist eine Eintrittskarte zu Utopia, Rayfowl und zu Schattenhorror, Maskerade. Einmal das Foolish. Das ist gut, um First-Turn gleich ein Ziel zu haben für Chameleon und Drew. Oder kann halt schnell Gierastack im Friedhof knallen, sodass man nicht nachzieht. Einmal die Doppelbeschwörung. Das ist auf jeden Fall auch cool, wenn man seine ganze Action gemacht hat. Nebenbei noch Ruico setten zu können durch die Korte. Und auch gut, um Oroboros besser bespüren zu können. Einmal Doppelbeschwörung. Dann eine Verlockung. Erklärt von selbst. Ein Dark Hole. Eine Spiegelkraft. Ein Reisender. Und die zwei Safe Zones für die Beetle-Combo. Soweit das Main Deck. Kommen wir zum Extran. Und zwar spielen wir da einmal den Star Leader, von dem ich besprochen habe. Ein Starless Dragon. Zweimal Dark End Dragon. Sehr, sehr geiler Effekt. Schwörber über Chameleon. Einmal König der Wilden Kobolde sucht Chameleon oder Kagetokage. Ein Utopia für Utopia Ray-Foul. Das kommt in Barbarian's Force. Sehr, sehr broken der Effekt. Einmal Maskerade für Schattenhörer-Maskerade. Ebenso. Sehr, sehr geiler Effekt. Einmal Laval-Val-Chain. Zum Beispiel BLS auf Speculate. Ein Emeril, um Chameleon und Rue zu recyceln. Ein Key Beagle für die Combo. Also für den Lock. Ein Uroboros. Cloud Handkarten. Dark Fischula. Richtig geil. Und einmal Gaga Cowboy. Und die Combo, die ich euch noch präsentieren möchte, ist ganz einfach so, dass wir mit dem Summoner-Monk alleine einen Einfluss-Tikel zum Star-Eater haben in dem Deck. Wir beschwören den, geben Defense, aktivieren Effekt, werfen eine Zauberkarte ab und beschwören aus dem Deck einen Armageddon-Gritter, der uns den Giras-Sack vom Deck in Friedhof legen kann. Falls wir den auf der Hand haben, kann man natürlich an der Stelle auch einen Träfer beschwören und Giras-Sack in Friedhof legen, um zum Beispiel ein Schattenhörer-Monster im Friedhof zu legen. Und haben dann hier unsere Voraussetzungen, um noch einen Exit machen zu können, zum Kölz-Bürfel und Kobolde. Detachen ganz einfach. Da müssen wir schon zwei Detachen an der Stelle. Und suchen wir unsere Camellon raus und können Next Turn ganz einfach Camellon beschwören, Effekt aktivieren und Giras-Sack-Complido. Und können eine Synco zum Star-Eater machen. Soweit das neue Umbra-Deck hier vom 666-Strake. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like ab und bleibt dir mal dran. Eure 666-Strake.